Ja, gut, da sind wir zu unserem nächsten Teil. Warte, erstmal unsere Grüßung, siehste? Warte, erstmal unsere Grüßung! 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 Schema! 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 Ja, aber es werden andere Möglichkeiten! Schema! Das ist die Headquarters! Was ist deine Situation? Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Irving auf seinem Weg zu einem Ölfeld in den Marslands. Schema! Wir werden das Delta-Team wiederholen und gehen da jetzt! Schema! Schema! Ah, wir haben die Firma! Wir sind jetzt im Level 2. Wir sind jetzt im Level 2. 3. Ja, von, 6. und 3. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. Das ist... Ja, haben wir eine Trophäe gekriegt! Ja! Könnte live dabei sein! Ja! Das ist die Trophäe, wenn man so einen Truck aufhält, indem er den Fahrer erschießt! Hat er überhaupt gerade einen Truck? Ja! Ich hab's gar nicht mitbekommen, ich hab mich nur um die Fahrer, um die Motorräder... Ich hab ja versucht auf den Fahrer zu schießen, hab's ja dann doch geschafft! Achso! Da ist ja einer! Kaputt! Ich komm nicht an den Fahrer! Ich komm noch nicht mal an den zweiten Typen da! Ja! Ey, wir werden mit Echsen geschossen! Äh, gebrochen! Achso! Achso! Das sieht schon aus! Ja! Zum Beispiel, wo Monotor Cocktails gebrochen ist! Meiiin! Ich orientier mich nur an den Einschlagstellen meiner Projektile, ey! Naja, dann korrigierst du immer! Ja! Was ist das denn, was ist da? Ja! Wollt schon! Ehhh... Wir sind unter der Attack! Die Aktivität der sie zu halten! Die Reinforceungen sind auf der Weg! Oh! Oh! Rechte Seite, rechte Seite! Ich komm mal kurz um die Motorräder. Tu das! Du, Truck! Oh, linke Seite, linke Seite! Der will uns doch von der Straße rammen, oder? Ne, ne. Ah, verdammt, ich bin übernetzt. Rechte Seite fertig. Ja, ich kann mich gar nicht. Komm, los. Ihr kaputt. Boom. Ah. Okay. Pum. Control Point. Deine Anscheinabelle gezündet. Feuerwehr. Ich sperre, der Korn. Nachschlecken, Feuerwehr. Ich hab nur nicht getroffen. Okay, das war gut. Meine Waffe ist übernetzt. Meine nicht. Dafür bin ich übernetzt. Und wir sind übernetzt, vor allem. Ja. Wir sind so heiß. Nice. Tsch, tsch, tsch. Es kommt hier rechte Seite, der Truck, der uns runterdrücken will. Ja, das... Wir spielen das Spiel blind. Ja. Und es ist hier nicht, was passiert. Ja. Er hat versucht, uns in den Rücken zu holen. Du schaffst, Dase. Wo kommen die auf einmal her? Hinter dem Truck? Mir ist ein kleiner Wack. Deswegen haben wir ja auch eben gesagt, die Arten wissen ja, jetzt was kommt. Ja, das war so ein Blindspiel. Das ist ein Blindlet's Play. Haben wir das nicht gesagt. Hey, ich hab's doch vergessen, die Beschreibung zu schreiben. Absolut. Hang on! Hang on! What could have done this? Ich gehe dich. feed, Tessa. Können wemd es! Teine. Marcus. Ich gehe dich. Du schaffst er. Mein eigen Onlyf林. Du schaffst er. Von deinen Arm. Mit mir. Look out! Get to the truck! Take this, you other bastard! Alter Falter, 2 Boss-Camp in einem Teil. Here we go! Der Boss-Camp findet ausschließlich hier statt. Wir können uns eigentlich nicht überwegen. Wir müssen nur auf die Attacken kommen. Genau. Wenn er uns zermatschen will, so jetzt, muss er auf den Kopf schießen. Nicht unbedingt auf den Kopf. Ja, auf jeden Fall müssen wir ihn treffen. Ja. Und jetzt zeigt er uns seine Schwachstellen. Davon, das Ganze müssen wir dreimal kaputt machen. Ja. Und wir können endlich ranzoomen. Was mir zwar auch nicht viel bringt, aber ein bisschen mehr. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Er holt sich einen Stein. Denkt dran, ab Anfang gerät auf den Stein schießen, dann geht der kaputt. Naja. Gator. Gator. Ja. Das ist jetzt die Hauptschwachstelle. Das ist der Wirt, der in seinem Körper haust. Was war das Vieh eigentlich vorher mal? Ein Mensch? Weiß ich nicht. Oder war es vor allem? Ich möchte mich hier unfreundlich. Oh, Alter. Ach, scheiße. Falscht hast du. Ja, ich habe auch die Falscht hast. Ja, wir sind schlecht. Ja, wir sind Quater-Event-Spezialisten. Ja. Ja. Oh, scheiße. Ich habe die Richtige gedrückt. Aber ist doof. Ich kriege trotzdem Schaden. Wenn du verlangst. Oh, fuck ey. Schwieger falsche Taster. Ich nicht. Jo, Romme. Komm schon. Es tut sich dein Zahnstar. Ja, super. Weh, du drückst da jetzt die Falschtaste. Oder wir. Bitte. Oh, ich sage noch weh. Ey. Ich habe gedrückt. Ich auch. Und auch wir, ey. Wir haben das Fallingelassen. Ja. Wir schaffen das eh nicht. Ich seh's. Ja, allein weil ja die Typen mit den Armbrusten auf uns ballern. Ja. Oh, Junge. Er wird sauer. Er ist. Stand er jetzt viel oder kreist? Keine Ahnung. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich, ich hab... Das war's. Sie sind tot, ja. Das ist so ein guter Schlusspunkt für die Aufnahme. Ja. Fangen wir im nächsten Teil nochmal neu an. Genau. Bis dann. Ja, ciao. Bis dann. Bis dann.